Naturkosmetik ist überall. Drogeriemarketten wie Rossmann, DM oder Müller sind auf den Umweltzug aufgesprungen und bieten ihre grünen Produkte an. Auf der anderen Seite boomen Naturkosmetik und Unverpacklegen. Was sich Verbraucher beim Kauf versprechen? Also ich habe Nutzend von und auch bei der Herstellung werden auch viele Sachen Rücksicht genommen, die vielleicht nicht so gut sind. Ich gucke halt drauf, ob am liebsten natürlich tierversuchsfrei, aber ansonsten denke ich mir, ist halt irgendwie doch alles das Gleiche. Ich finde, dass vieles auch halt Marketing ist. Wir kaufen ja auch meistens die Verpackung. Die Meinungen zu Naturkosmetik sind geteilt. Während die einen davon überzeugt sind, halten die anderen es eher für eine Werbemasche. Doch welche Vorteile bietet Naturkosmetik? Wenn man sich die Inhaltsstoffe anschaut, wird halt in Naturkosmetik keine Chemie oder chemisch veränderte Substanzen verwendet und von daher gehe ich davon aus, dass sie gesünder ist. Der Umsatz für Naturkosmetik boomt und die Nachfrage nimmt stark zu. Doch für Verbraucher stellt sich die Frage, wie viel Natur steckt in Naturkosmetik? Der Verbraucherschutz meint dazu. Naturkosmetik und Biokosmetik sind rechtlich nicht geschützt. Deshalb ist es wichtig, tatsächlich auch bestimmte Label zu verwenden, die eben garantieren, dass bestimmte Umweltstandards eingehalten werden und eben, was für uns als Verbraucher auch wichtig ist, gesundheitsfreundlich sind. Die bekanntesten sind das WDIH und das True Nature. Ist auf dem Produkt kein Label sichtbar, können Verbraucher auf Apps zurückgreifen, die ihnen bei der Einschätzung der Inhaltsstoffe helfen können. Da haben wir einmal Toxfox vom BUND. Dort kann man halt auch ganz gezielt nach Produkten suchen, die Mikroplastik enthalten, um diese dann im Regal stehen zu lassen. Und es gibt eine App, die heißt CodeCheck. Diese gibt mir für das jeweilige Produkt sämtliche Inhaltsstoffe mit Bewertung. Die sagt mir also auch direkt, ist es ein 100% empfehlenswertes Produkt oder sind dort Inhaltsstoffe drin, die zum Beispiel Erbgut verändert sind oder die die Durchlässigkeit der Haut erhöhen, was für die Wirksamkeit von guten Inhaltsstoffen positiv ist, aber für Schadstoffe natürlich nicht gewünscht wird. Einer steht fest. Nicht alle Verpackungen, die Natur zeigen, sind ein zertifiziertes Produkt. Unterschiedliche Siegel und Apps bieten Anhaltspunkte. Es lohnt sich also immer ein Blick auf die Inhaltsstoffe. Im Zweifelsfall ist weniger also mehr. Und wer auf Nummer sicher gehen will, der rührt sich seine Cremes eben selbst.